Moin! Moin! Witzig, das Licht ist ja voll an meiner... Moin! Witzig, das Licht reagiert auf meine Stimme. Moin! Ihr habt noch bis kommenden Donnerstag 20 Uhr Zeit, mir eine Aufnahme für die 200 zur Folge Lustige Witze zu schicken. Filmt euch selbst mit eurem Handy, erzählt einen Witz und schickt diesen per WeTransfer an business at masterjam.de. Viel Spaß mit Folge 199 von Lustige Witze. Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Natürlich kann einem von zu viel Bier übel werden, aber hey, nach 6 Liter Kakao kotzt auch jeder. Jetzt true sorry. Rapper, die meine Mutter ficken wollen, kann ich einfach nicht ernst nehmen. Im Büro haben wir heute diskutiert, ob Office 365 auch in einem Schaltjahr funktioniert. Frank hat heute 5 Millionen Euro geerbt. Jetzt ist Frank reich. Ich habe neulich drei Tage lang nicht mit meiner Frau gesprochen. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Das ist ja die Höhe! Peter, Architekt, verwechselt die Maße. Endlich habe ich alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Ich sollte häufig in die Pakete der Nachbarin annehmen. Ich beziehe meinen Strom nur noch von glücklichen Kraftwerken. Ich habe mich für das Jurastudium gar nicht erst beworben. Ich habe mich eingeklagt. Der Bass muss sein wie deine Mutter. Fett und brutal. Aber lustig ist, der Bass muss sein wie deine Mutter. Der muss ficken. Erst wenn der Satpuffer die Katze inhaliert, fickt der Bass richtig übel. William Shakespeare. Alle machen immer Witz über uns Sachsen. Das ist sexistisch. Kann jemand den Akzent besser? Ich kann das nicht. Geburtstagskinder im September oder wie ich sie nenne, Silvesterknaller. Die schönste Erinnerung an meine Kindheit ist, dass ich keine Rechnungen bezahlen musste. Wenn du neun Monate nach deinem Vater Geburtstag hast, hatte deine Mutter wohl kein Geschenk. Tarzan oder wie ich sie nenne, der Spast auf dem Ast. Mein Chef könnte problemlos in eine Steckdose fassen. So schlecht wie der leitet. Meine Frau hatte neulich so hohes Fieber, dass ich sie in die Küche tragen musste, damit sie mir mein Frühstück macht. Hörst du nur, was ich sage oder verstehst du auch, was ich meine? Ich wollte einen Diätburgerladen öffnen, aber der Slogan, keine Buletten für die Fetten, kam nicht so gut an. Wenn du mir ein Schokokroissant ohne Schokolade zum Frühstück mitbringst, dann esse ich es zwar, aber es macht mich sehr, sehr wütend!